So, da sind wir wieder und machen mal weiter in den Kristallhöhlen. Hier unten sind nur Stacheln, in die wir nicht unbedingt reinfallen sollten. Bringt uns die Kiste da was? Ja, wir können sie runterschießen und dann fällt sie da halt runter. Und wir können sie für nichts mehr gebrauchen. Aber wir können... Uff, das war knapp. Wir können so da rüber. Indem wir einfach Brücken bauen. So. Und sind drüben. Da ist schon wieder ein Felsen. Und da ist ein Secret. Können wir die nicht irgendwie abmontieren? Nein, können wir nicht. Wir können doch genug dagegen schießen. Nö. Der Felsen bringt auch nichts. Vielleicht, wenn wir ihn dagegen schmeißen. Na, jetzt ist ein Wasser gelandet. Das war auch nichts. Aber machen wir hier wieder erst eine Kiste und dann die Brücke. Ich muss die Kiste natürlich etwas näher heranschieben. Noch ein Stück näher. Und jetzt fliegt sie uns gleich rein. Das wollen wir auch nicht. So. Die Energiefiole hat eine Energie um 30% erhöht. Äh, ja. Nein, das bringt so... Alles nichts. Wie kommen wir da am besten rüber? Wir müssen es mit einer Kiste... Oh ja, das ist jetzt eine große Kiste. steiler Brücke machen. Wir machen hier erst einmal eine Brücke drauf. Hier etwas drüber hakt. Machen wir dann auf die Brücke noch eine Brücke. Nein. So klappt das auch nicht. Äh, da müssen wir den Checkpoint finden. Beziehungsweise einfach zum letzten Checkpoint zurück. Und einfach hier runterfallen. Oh, gibt es hier unten noch was? Nö, hier gibt es einfach nur zurück. Und ja, ich gehe zurück zum letzten Checkpoint. Der müsste da unten sein, nämlich. So. Und sogar noch eine Mana-Fiole. Und Fledermäuse. So. Jetzt haben wir wieder genug Mana. Um da weiter probieren zu können. Ich will nämlich das Secret, was da drüben ist. Äh, ja. Ich weiß, dass sieht jetzt gerade komisch aus. Ich mache die Brücke mal etwas. Nicht so steil. Drehst du dich? Äh. Komm schon. So. So, sind wir wieder an der Stelle. Jetzt zeichne ich eine extra große Kiste, schiebe die ganz bis an den Rand, stelle mich drauf. Und jetzt zeichne ich hier eine Brücke, die nicht lang genug ist. Na, jetzt habe ich die gleich wieder kaputt gemacht. Dann zeichne ich halt hier erstmal eine kleinere Brücke drauf, stelle mich auf die. Zeichne hier eine große Brücke. Ah, das war schon fast gut. Muss die etwas noch... Nein, 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 nein. Die etwas noch... Da schieben. Und... Ich kriege das noch hin. Das muss doch einen Weg darüber geben. Und ja, ich schlegge mich jetzt nochmal zurück, Energie holen. Aua. Und nein, der will mich nicht lassen. Mist. Äh, Minen. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir halt... Hoffen, dass hier hinter gleich der nächste Checkpoint ist. Und ja, ist er. Okay. Dann heißt es nochmal zurückschwimmen. Und nochmal versuchen. Und ja, ich will jetzt da rankommen. Ich merke gerade, hier ist ein Vorsprung, halt da, aber da kann ich keine Kiste drauf tun. Kiste. Gut. Jetzt etwas vorschieben. So, jetzt müsste das aber reichen. Und es reicht natürlich nicht. Ah, gehen. Das will ich so machen. Und Sprung. Ja, also endlich. Und was ist hier drin? Ein magischer Energiekristall. Der bringt... Erhöht die Wirkung jedes... 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 Welchen Charakter wir gerade ausgerüstet, äh... Ausgewählt haben. Aber gut. Wir haben... Nach... Zehnmal probieren... Auch das Problem gelöst. Und werden jetzt von Feuerspuckern... Äh... Gegrillt. Wenn wir sie nicht rechtzeitig wegschießen. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Eine... Eine Lebensfigur und... Da kommen wir von der Seite nicht rein. Dann müssen wir von der anderen Seite. So. So geht das. Äh... Da... Da müssen wir erst wieder hier hoch. Und hinterher die Skelette loswerden. So, jetzt können wir mit... Dem Magier... Das Ding hier drehen. Sofern wir denn die Ruhe dazu bekommen. Und nein, wir bekommen sie nicht. Komm, jetzt darf mal wieder der Ritter dran. So. Was wegkloppen. Und da drüben... Und da drüben ist ja auch noch was. Noch so ein Geschenk... Und Erfahrungsführung. Sehr gut. Wie viele haben wir denn jetzt schon? 21. Ich denke mal, ich habe wirklich ein paar übersehen. So. Und runter, bitte. Genau, danke. Okay. Ledermäuse. Sehr gut. Ne, dir komme ich nicht zu nah. Wenn es nämlich so einfacher geht. Und das grüne Blubberzeug da unten sieht ungesund aus. Dem sollte ich mich nicht nähren. Tap. Und noch mehr Feuerspucker. Ja, dieses grüne Zeug da unten sieht definitiv ungesund aus. Wenn sie sich sogar die Skelette darin auflösen. Was willst du denn? Was bist du so ein Auge drin? Ich bin noch einer von euch. Gut. So. Da wollen immer noch welche, was? Ja. Ja, das ist teilweise nervig, wie viele da respawnen. Und hopp. Und rüber. Aua, das war zu spät. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen. Und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Die Dieben fingen an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. Ja, jetzt kommen wir in die Krypte der Verdammten. Schauen wir mal rein. Keine Angst. Ich werde vorangehen. Ich wünschte, da wäre mehr Licht. Unten im Text stand, ich wünsche, da wäre mehr Licht. Also nein, danke, auf Lichts habe ich keine Lust. Und selbst hier, diese Krypta sieht ziemlich gut. Also sieht ziemlich schick aus. Auch wenn sie ziemlich düster ist. Aber da die grünen Lichtchen, die grünen Glühwürmchen und da hinten der Sarg. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt hier in die Krypta weiter reingucken. Ich gebe nochmal ein paar Schritte. Ja, hier müssen wir als erstes drüberspringen und da kommt auch schon ein Skelett. Das schießen wir nochmal kurz weg. Oder einfach in den Zumpf rein. Ja, genau. Also ich habe schon gemerkt, ich habe im letzten Level einiges an Energiefiolen, Erfahrungsviolen übersehen. Aber das wird ja kein 100%-Runs. Das ist nur ein kleines Nebenprojekt. Und deswegen würde ich mal sagen, bevor wir uns die Krypta hier ansehen, mache ich erstmal wieder einen Schnitt. Also bis gleich. Bis gleich. Und dann bis gleich.